Ein Bruder, er will mit dem Gebet beginnen. Solange er neu ist, hat er alle Zeit der Welt, dass er das Gebet langsam lernt. Sogar ist sein Gebet gültig ohne Al-Fatih. Das ist nur für wen? Für den, der neu ist. Das heißt, was sagt er im Gebet? Er sagt, subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu Akbar. Dieser Dikr ist für ihn ausreichend. Und versucht die Bewegung zu machen, wie der Betende diese macht. Wenn er das dann etwas gelernt hat, dann natürlich muss er richtig beten, Wallahu ta'ala, ala wa'alam. Aber er hat alle Zeit der Welt erst mal.